Tonino, wie gut fühlt es sich an, die Sieglosserie von sieben Spielen in einem Derby zu wenden? Ja, super. Wir sind sehr froh von diesem Sieg. Wir sind froh für uns, aber auch für unsere Zuschauer. Sie haben das verdient. Es war nicht unser schönstes Spiel, aber das Wichtigste war zu gewinnen und wir haben es gemacht. Gibt ein solcher Sieg dem Team wieder das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Spiele? Ja, aufwendig ja. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir alle gemeinsam verteidigt. Von dem müssen wir starten. Beim Penalty hat Justin Hammel noch versucht, dich ein bisschen zu irritieren. Hast du dann extra in dieser Ecke geschossen? Nein, ich habe gar nicht geschaut auf das Goalie. Mir war klar, dort zu schießen. Es hat einfach nicht geklappt. Am Schluss bist du noch zu Mierlin gerannt. Hat das einen Hintergrund? Ja, er ist ein guter Kollege von mir. Wir haben ein Ritual vor dem Spiel, dass ich ein Tor mache. Heute hat es geklappt. Danke schon mal.